Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Amtsgamern. Ein bisschen die Aufnahme, ein bisschen später gestartet. Noch uns, noch meinem legendären Tod wieder einmal. Hol ihn in der Herze. Hätte er doppelt um. Wir müssen ihn nur treffen. Das gibt es ja gar nicht. Blöd, wenn du mich nicht umbringst. Oh, überkilled. Danke. Aber beim nächsten Jump bin ich down. Gut, da hat nichts getroffener. Okay, man muss aber auch sagen, das war ziemlich schlecht. Eigentlich. Den hätte man eigentlich schon längst down haben müssen. Ich bin nicht mit alle Rockets getroffen. Und man kommt mir vor, wenn du zu nah bei einem schief bist. Dann triffst du ihm zwei. Ja genau. Aber irgendwie. Kriegst du dann keinen Schaden oder so. Also du, du gibst keinen Schaden. Also du gibst keinen Schaden. Gleich wieder da. Ich hab' da, oder? Ja, egal. Ja, also pass auf. Ich sehe, es kommt da wieder. Er ist schon da. Ich hab ein bisschen aus anderen Gehen. Jetzt hat er sich verschützt. Wenn er zwei Amper schon rum hat. Wenn er nicht einmal der ausgesehen. Achtung. Alter, ich war so laut. Warum geht er eigentlich immer auf mir zuerst? Neben dir ist der Healer. Neben mir ist der Healer. Da sind Gegner in unserer Base. Ich frag mich, wie wir es zu spät gesehen. Ein Flaggschiff ist in unserer Base. Okay. Ja, ist wahr, nicht wahr? 18 Sekunden. Jawohl, du ihm. Nein, er ist außergesprungen. Ich hab mir fast gedacht. Mit Level 3 wird das ein bisschen schwierig werden. Oh, ist kein Name mehr. Ich springe jetzt auf... Ah, wieder. Das ist doch nämlich der Alarm. Weiter. Was, wenn das passiert? Natürlich nimmt er mal den letzten Schuss wieder auf. Das war ja unglaublich, wenn er das nicht hat. Der ist da. Der ist da. Ja, ich hab gesagt, der ist da. Der ist ober uns. Nein, es gibt's ja nie. Ich bin ein paar Mal getroffen, aber nicht auch genug. Meie, das gibt's gar nicht. Wie viel hält er denn der aus? Ich hab den jetzt mit aller Schuss getroffen. Alter, geh von mir weg. Hallo, wenn der mich noch einmal... Warum musst du die neben mir hinstellen? Ich verstehe es nicht. Ja, weil ich die nicht ziehe kann. Das ist ein alter Gäste. Jetzt ist erst wieder ein Rainbow da, doch. Geil. Hier war mal der Rainbow da. Ich hab schon wieder da gesehen. Ich bock den Typen nicht. Ja, aber du, du wickst ja, stellst die neben mir hin. Das ist unglaublich. Ja, was? So wie er das jetzt extra gemacht hätte, glaube ich. Das war schon super. Komm, ich fahre hinterher und fahre es mir nach. Ey, der Hund erwischt mich auch noch einmal. Wenigstens so den, unser Sniper erwischt, oder? Ey, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja nicht, was der überlebt. Aber, Alter, ist das so ein Irrer. Ey, was machen eigentlich unsere Kollegen? Die hutschen den alle irgendwie um und tun nichts weiter auf der anderen Seite, wenn wir wieder gegen die Reihe die ganze Zeit kämpfen. Ist der jetzt noch da, der gesehen hat? Nein, der ist geschwungen. Weil, da geh ich zum Punkt ein, jemand. Auf Gamma? Ja, auf Gamma. Ja, ich muss mir Gamma holen. Das ist immer wichtig. Das ist immer schon ganz wichtig. Aber sie haben den Gamma-Punkt schon. Na, haben sie nicht. Das ist nicht wütend. Ach, bitte, schießt er auf den. Wie dürfen wir das Flexchip überhaupt nicht reinlassen? Das Flexchip ist, glaube ich, englisch. Ja, leider bin ich ja mal davon gekommen. Machen die, die fliegen außerhalb von Gamma rum? Bleib unbedingt drinnen. Ja, ich bin nicht in Gamma. Aber die sind zu dritt drauf, ich werde nicht da noch rein fliegen. Ja, die sterben. Jetzt kommt der nächste wieder abgestürmt. Das ist noch eine Assassine. Und ein... Ja, sie haben ihn. Wenn, wo, da. Ich warte einfach, bis ich wieder bauten kann und baut mich raus. Ja, haben wir mir jetzt Gamma geholt? Nein. Rot gefärbt. Das sieht man so schlecht. Wirklich schlecht lustig. Ich weiß nicht, warum die aus Gamma nicht aussagen, wenn wir sie schon verloren haben. So viel, ich kann nicht aussagen, solange die alle da sind. Ich weiß nicht, wie viel da sind. Ich weiß nicht, wie viel da sind. Das legt gerade, Kollege. Das legt. Ich springe auf B, damit ich schnell Punkte einnehme. Ja. Weil ich bin umzingelt noch immer von zwei Assassinen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe nicht darum, diese Korvette. Achso. Wie haben wir das sonst nicht? Hier sind wir drei Assassinen. Der Korvette. Ja, das überleben wir nicht. Ja, das kann man nicht überleben. Ach. Was ist denn? Warum setzt denn der Kanten? Warum geht der nicht drauf? Alter. Ey, der Hund ist so... Was ist denn, wie der... War ein bisschen schlecht gemacht, mein lieber Herr. Ja. So. Unlehrlich. Wie lange bleibt denn das noch auf mir oben, Alter? Was denn? Ja, der Hund kann aber ganz schön oft mit seiner Hand da diesen... Dieses Ding machen. Dass er die... Die klaupte mich auch nicht so. Ich bin grad so abartig schlechter. ... Oh, das war nicht gerade so richtig, wenn ich ihn da noch... Scheiße, ich sollt nicht... Ich bin gekupft. In der Bessern noch ein Lär. Er ist schon wieder vor. Nur neben mir. Rein in der Bess. Ich springe gerade zurück, ich nehme nur B1 einfach, sonst springe ich die da durch die ganze Zeit. Also B2. Hat mich jetzt nicht getroffen, oder? Na doch, ok. Der Xerxes überlebt, so glaube ich. Ma, das gibt's nicht. Wir verlieren gerade. Wir gehen nicht hin, das ist unglaublich. Ja, die verlieren wir ganz... Oh, fuck! Achtung, ein Flagship springt zu euch ein, das müsste aber schon ziemlich gedamaged sein. Ich bin down. Da sind mehr von denen, als die von uns. Ja, ich hab da keine Chance gegen den. Der schießt die ganze Zeit mit einem Hunter auf mich. Ja. Vielleicht soll der auch wieder mal Hunter probieren. Aber er spielt ihm schon ziemlich gut. Und holen, kaum ist Gamma wieder da, holen die das schon ein. Das kannst du ja gar nicht, bin und so. Ja. Ein paar Flagship-Schiffe bei uns da in der Base. Also, ich bin auch schon da wieder. Ja. Ja, mich ist so ein Levelvorteil, dass ich kein Damage mehr mache. Nein, nicht da. Das stimmt. Ansonsten. richtig schlecht gespielt war eine der schlechtesten der Mannschaft wir haben halt auch nichts eingenommen, das ist halt ein großes Problem wenn du nichts einnimmst kannst du halt auch nicht gewinnen dann geht das jetzt schnell vorüber die Partie naja, kann man nichts machen nun gut, war es das einmal bis zur nächsten Folge, Salü Ciao Ciao